Ich sage euch nur mal eins, morgen bei Coop. Gillette wird ihre Rasur für immer verändern. Das neue Sensorrasiersystem erkennt nämlich jede Feinheit von ihrem Gesicht und stellt sich automatisch darauf ein. Für eine Rasur so gründlich, sanft und sicher wie noch nie. Ab sofort wieder überall bei Coop erhältlich. Und jetzt zum Wettbewerb. Unter welcher Marke ist die dicke Pomelo übrigens ein Multitalent bei den Zitrusfrüchten bekannt? Von der rundengrünen Pomelo jetzt zum rundenroten Edammer, wo morgen bei Coop zum Aktionspreis erhältlich ist. 100 Gramm kostet nur 1,15. Also, morgen bei Coop. Ich bin ja dort.